hallo hier ist martin von money man keys dass die dachsanalyse für nun mittwoch den elften ersten 2023 und unser dax ist weiterhin in top form kann man nicht anders sagen hat sich hier schön durch geschwungen wieder nach oben raus gedreht bekommen und neue hochs gebracht wir haben neue hochs drin stehen damit das erstmal die trendfortsetzung intakt gestern haben wir gesagt dass unser dax vom rücklauf her aufpassen muss weil die amerikaner zum nachmittag so schwach gewesen sind dass er uns nicht unter 650 abkippt bei unter 650 er sich sonst unten raus einiges aktivieren würde aber wenn er eben sich nur auf der 700 wieder auftritt und hochrichtet dass er dann eben auch einfach nur wieder gehen neue hochs tendieren wird und da haben wir glaube ich genannt 880 59 69 hier so in den dreher als ziel rein die hat er jetzt noch nicht erreicht aber sich eben auch klar aufgedreht auf der 700 und vielleicht in dem an der stelle auch noch mal der hinweis na weil ich den eindruck habe dass die letzten tage einige gleich falsch denken der hinweis dass diese senarien die wir aufstellen jeden tag wir aufstellen damit wir eben für die jeweilige richtung im dax gewappnet sind für das was kommen kann das heißt aber auch ich muss das ganz klar abgrenzen das heißt wenn wir uns wenn wir rangehen und sagen okay unter 650 hat der markt tendenz dazu zwischen schwäche zu neigen kann tiefer fallen kann das machen oder das machen oder das machen szenario 1 2 3 4 5 bedienen wenn er unter 650 geht dann gilt das auch erst wenn er unter 650 fällt und wenn dann von den fünf szenarien die wir unten betrachtet haben wir sagen okay das sind die negativen szenarien wenn er aber auf 700 einfach auftritt und steigt dann das und das die ziele und das ist bloß ein szenario heißt das nicht dass der markt fallen muss nur weil wir neun minuten im video darüber sprechen was er unten alles machen kann und nur eine minute darüber sprechen was er oben machen kann sondern diese trennung von diesem wenn dann das müsst ihr für euch in der wahrnehmung der analyse so eben auch als klarer kannte einfach mitnehmen und den markt dann auch so betrachten und so handeln wenn wir auch die ganze bewegung hier von von unten weg gucken hat er eigentlich jeden tag mal ausgenommen mit diesem tag wo hier 4 45 und 500 da so rum gestrugst hat ja immer wieder die zielbereiche ziemlich genau angelaufen hat sehr präzise die trigger überlaufen also wirklich bis auf dieses eine einzige mal immer wieder klar neues hochkaufen weiter neues hochkaufen neues hochkaufen weiter unterstützungs laufe unterstützungsbereiche genau angelaufen und das sollte man einfach für sich nutzen ja und nicht versuchen aus der analyse das rauszuhören was man aber gerade gerne hätte na und mir ist einfach nur aufgefallen dass viele jetzt gesagt haben die die analyse ist so negativ die analyse ist so negativ und wenn ich das so durchschaue durchschöre oder mir durchschaue haben wir jeden tag drin wenn ein neues hochkommt dann weiter hoch und ich glaube es kommt einfach davon dass wenn wir verschiedene serienarien besprechen in vielen situationen unten einfach mehr szenarien zu diskutieren sind weil oben gibt es nur einzelner wir sind in einem aufwärtstrend das heißt es gibt für oben ein szenario und das heißt neues hoch und weiter punkt das kann ich in 20 sekunden zusammenfassen und kann auch hier sagen zum für die analyse für den mittwoch bei weiteren hochs über 8 40 oder ich würde mal fast sagen oberhalb von 800 jedes weitere hoch hat der dax tendenz richtung 8 80 59 15 1100 punkt das alles so und jetzt können wir diskutieren wie würde man aber erkennen was er macht wenn er das nicht macht und das dauert dann einfach länger weil es mehrere möglichkeiten gibt er kann eine konsolidierung gehen er kann unten rausgehen das heißt ich würde auch jetzt in der analyse für den mittwoch mehr zeit dafür aufbringen müssen euch darauf vorzubereiten was ist die abbruchbedingungen wann muss man aufpassen wann muss man aus dem long raus wann muss man versuchen vielleicht auf der short seite ein bisschen chance zu suchen und so weiter und so fort das bedeutet aber eben nicht dass das in dem fall auch einsetzen muss sondern die bereiche geben uns das vor so wie der markt handelt wenn wir stellen uns nicht hin und sagen morgen wird das und das passieren morgen ist 100 prozent wird es steigen oder fallen das können wir nicht haben keine glaskugel aber wir können technische pattern aneinander rein wir können übliche markt abfolgen betrachten und letztendlich auch vorkassen so dass wir sagen können okay wenn der markt aber die bewegung macht dann wird er wahrscheinlich in einem häufigen falle dann auch so und so von der bewegung dass das einfach vollziehen und das ist mir einfach noch mal wichtig in der wahrnehmung rüber zu geben dass man da ein bisschen aufpassen muss dass man dann nicht die analyse falsch versteht oder versucht dinge rauszuhören die um dies vielleicht auch gar nicht so wichtig sind indem man einfach die länge der jeweiligen besprochenen richtungen dann wertet wissen wie ich meine guckt auf die bereiche guckt auf diese trigger marken wie bewegt sich der markt und versucht dem einfach mitzugehen und schaltet ein bisschen aus was ihr habt wollt was ihr glaubt was ich haben will das ist völlig irrelevant natürlich hätte ich ein dax gerne bei 10.000 fände ich schöner wenn er bei 7500 oder bei 5000 oder bei 4000 steht aber es spielt überhaupt nicht so rolle weil wenn wir sagen es wenn er sich auf 700 aufdreht und aufrichtet dann kann er wieder hoch dann ist das das was zählt nicht das was man daraus versucht zu schließen was ich gerne hätte das ist völlig irrelevant es geht darum die wichtigen punkte im markt zu identifizieren und dann einfach der bewegung zu folgen das ist trading ja alles andere ist meinungs trading dafür braucht man aber auch keine charttechnische analyse schauen dann kann man auch einem markus koch folgen oder wem auch immer die sich einfach hinstellen und sagen was sie was sie denken und was sie glauben und für richtig halten ja das ist aber technische analyse und deswegen versucht das klar abzugrenzen und so können wir ja auch zum zum mittwoch hier eben wirklich relativ klar sagen alles was oberhalb von 800 stattfindet hat aufwärtstendenz kann weitergehen 880 wäre für mich in die nächste stelle von da darf er erstmal wieder runter zocken auch gut und gerne wieder auf 830 zurück zum beispiel darüber ist 860 860 sag schon 950 960 nochmal so eine schöne zone alles erreichbar und dann geht es schon in die wichtigeren bereiche hier 15 15 65 bis 15 100 von wo ich dann halt auch wirklich wieder richtig stress erwarten würde ne aufpassen sollte man aber wenn er unter 800 zurück kippt da sind wir bei dem punkt ne ab wann wann würde es nicht mehr nach aufwärtstrend riechen ab wann wird er vielleicht ein anderer geschmack reinkommen unterhalb von 800 beziehungsweise so 770 14.770 da drunter würde ich ein bisschen vorsichtiger werden weil ich glaube dass es sich dann noch mal an das tief drunter liegt und auch unterbietet er wird dann wahrscheinlich kurz in die 665 670 reinstechen von dort zurückziehen und wenn er uns dann noch mal neue nachmittags tiefs bringt auf den mittwoch ja könnte ich mir vorstellen dass auch ein deutlicher rücklauf übergeht der dann erstmal wieder 535 anlaufen oder an an anpeilen kann ja aber das wird erst relevant wenn wir unter 800 fallen und eben auch unter hier so 7 67 50 ja da drunter da drunter wird es wieder ein bisschen anfälliger auf der unterseite aber alles was überall von 800 passiert hätte jetzt erstmal platz bis in die 8 80 59 60 rein ja von daher würde ich das video hier zu machen wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020